beam leute was geht ab willkommen zu deluxe bros mein name ist adrian und mein name ist alvin genau und heute werden wir die marshmallow challenge machen und zwar nicht so auf einfach nur so im mund und bis keiner mehr reden kann sondern unser bro hier wird ein paar fragen uns also lieblings lieblings farbe lieblings tier fragen und wir müssen dann beide also er sagt jetzt zum beispiel lieblings farbe blau und er sagt rot dann müssen wir dann müssen wir den marshmallow im mund nehmen na gut dann will ich mal sagen wir fangen mal an ok ok dann leg mal los okay ach ja wir schreiben das auch auf lieblings tier ok 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 lieblings farbe und rechts farbe ok rot blau ok 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 ein marschmer seite soweit next dritte frage lieblings sport auto und rechts und rechts Ok, 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 wer mag Benz nicht? Lieblings, äh, fünfte Frage, Lieblingshandy? Ne? Ach so! H veramente kobeini! Das war bitte! Schuh! Siebte Frage. Liebling Schuh machen. Schuh machen? Schuhe? Schuh. Okay. Achte Frage. Liebling Süßigkeit? Ich weiß nicht, ob Süßigkeit die Stimme hat. Keine Ahnung. Kniffen. Knicker. Knicker. Nein. Weiß auch lieber. Neunte Frage. Lieblings Frucht. Frucht? Okay. Zählte Frage. Zählte Frage. Lieblings Wetter? Meinen ist Don... äh... Donner... Donnerpid. Pikachu Donnerpid. Ja. Ja. Okay. Okay. Elfte Frage. Das war meine Lieblingsstadt. Ich bin einig. 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 Ja... Ich bin einig. Ich kann auch gar nicht fast mehr reden, es tut mir leid, und jetzt stopfen wir einfach so viel rein, bis wir nicht mehr reden können, also, da gibt es Spaß. Deluxe Broth. 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 Ey, was für ein Mund hast du, Alter? Boah, ey, ich konnte nicht mehr. Boah, ey, ich musste kotzen, Alter. Ich hab's bis zum Worlds-Kill gehabt, Alter. Krass, Alter. Ender geht noch. Komm, ender geht noch. Okay, Leute. Heute habe ich verloren. Endlich einmal. Nein, immer gewinnen geht auch nicht, das ist klar. Auch Verlierer, auch Gewinner, meine ich. Verlieren mal. Prost. So, klar, nicht. Egal. Ähm, ja. Alvin, deine Strafe, bitteschön. Das muss ich ja zubereiten. Okay, zubereiten. Okay, Leute. Alvin bereitet meine Strafe vor. Ja. Oranschen Saft. Volle Milch. Aber ey. Hä? Das ist... Aber ich mach nur einen Schluck, oder? Ja, mach... Tschüss. Tschüss. Mach nur einen Schluck, Junge. Ja, aber trotzdem. Gib mal einen Löffel. Das ist das Self. Zeig mal her. Du willst kotz. Ja. Du willst kotz nicht. Warte, ich mach dich auch mit Liebe. Nee, du übertreibst heute. Nein. Ketchup mach ich. Das ist vom Döner, Junge. Du magst das. Pli. Übertreib dich. Kannst du das rein tun? Ist ja wohl, du übertreibst. Passt. Tschüss. Das muss ich jetzt nicht, dass es so rauskommt. Boah, das kommt hier aus mit Blut. Boah, wie das riecht. Boah. Boah. Strafe muss sein. Einen Schluck. Einen Schluck. Okay? Ja, ja. Keine Putsche, keine Putsche. Fettzer, klein sein. Auf die Abonnenten. Einen Schluck. Er hat es gemacht. Er hat es gemacht, Digga. Er hat es gemacht, Digga. Boah. Boah, Digga. Respekt, Alter. Er trinkt das. Komm noch ein Flug. Warte auf deine Strafe. Nee, kein Schluck. Aber warte auf deine Strafe, Digga. Deine Strafe wird heftig. So Leute, das war's mit dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonniert uns. Schreibt in die Kommentare rein, wie ihr das Video gefunden habt. Und... Schreibt doch ein paar Ideen in die Kommentare. Genau, ihr könnt auch uns Ideen schreiben in den Kommentaren. Und ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.